In diesem Video stelle ich euch einen Haushaltshelfer vor. Hallo meine Lieben und schon, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem etwas anderen Video. Denn ich durfte einen Staubsauger-Roboter testen von Jedi. Erstmal vielen, vielen Dank ans Zuschicken. Ich präsentiere euch in diesem Video den Jedi Vag Max, einen Staub- und Wischroboter. Und die genauen Details erzähle ich euch jetzt. Die paar technischen Details werde ich euch jetzt vorstellen. Die Saugleistung beträgt 3000 Pascal und hat ein vierstufiges Reinigungssystem. Der Staubsauger erkennt die Bodenart und hat eine hochentwickelte Teppicherkennung. Der Staubsauger erkennt Räume visuell und erstellt auch eine Karte, die ihr dann danach in der App sehen könnt von eurer Wohnung. Der Staubbehälter hat 420 Milliliter und der Wassertank hat eine Größe von 240 Millilitern. Die Laufzeit des Akkus beträgt um die 200 Minuten. Es kommt natürlich auf die Saugleistung und auch auf die Wischleistung an. Dann gibt es eine App und Sprachsteuerung. Ihr könnt den Roboter über die App steuern oder aber auch über Sprachsteuerung wie Alexa und Google. Dazu gibt es eine Absaugstation, die man sich zusätzlich noch kaufen kann. Die habe ich jetzt aber nicht hier in dem Paket, wo ich dann das A gesagt habe. Ich sage es jetzt nicht nochmal mit der Sprachsteuerung. Hat sie direkt bei mir hier auch reagiert. Also es gibt eine zusätzliche Absaugstation, die man auch erwerben kann, auch bei Amazon, genauso wie den Staubsauger. Wenn der Staubsauger was taugt, dann denke ich auch über die Absaugstation nach. Denn die Absaugstation hat einen Staubsaugerbeutel und bis zu einem Monat muss die Absaugstation nicht geleert werden. Das heißt, euer Staubsauger kann seine Runden drehen, ohne dass ihr den Behälter leeren müsstet. Aktuell kostet der Staubsauger 350 Euro bei Amazon, aber es gibt einen 80 Euro Gutschein. Damit kostet das Gerät nur noch 280 Euro. Ne, rechnen muss man können. Also 350 Euro minus 80 macht bei mir 270 Euro. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir packen jetzt den Staubsauger aus und schauen mal, was er so drauf hat mit der Staubsaugerleistung. Ich habe mein Paket hier von Jedi bekommen und wir packen das jetzt zusammen aus. Hier ist der Quickstart Guide, den gehen wir gleich auch noch zusammen durch. Aber schauen wir erst mal, was hier noch alles drin zu finden ist. Natürlich das Hauptgerät. Ja, so sieht das gute Stück aus von vorne. Hier ist der Einschaltknopf, aber da drücken wir jetzt nicht drauf. Wir müssen es auch erst mal aufladen. Und so sieht er von hinten aus mit der Bürste, mit den Rollen. Und hier ist der Wassertank für die Wischfunktion. Alle Funktionen des Jedi Wack Max schauen wir uns natürlich auch noch in Action an. Was noch alles im Paket war, für die Wischfunktion einmal hier die Moppingplatte sozusagen. Also da kann man die verschiedenen Wischmops sozusagen tauschen, wechseln, wie oft man will. Und die kann man natürlich auch waschen. Dann war noch hier für die Staubecken, der kommt dann hier vorne dran, denke ich mal. Dass er auch gut in die Ecken kommt und den Staub aus den Ecken rausholen kann. Und natürlich war auch noch eine Ladestation drin. Ich packe jetzt alles aus, stecke ihn an die Ladestation, lade ihn für ca. 6 Stunden und würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich mit dem aufgeladenen Jedi nochmal. Ich habe ihn jetzt an die Dockingstation angeschlossen und gestartet und er redet sofort mit euch oder sie. Es ist eher eine Frauenstimme, die mit euch redet. Und sie sagt euch erstmal, dass man das Gerät einschalten soll zum Laden. Und zwar müsst ihr dann hier die Klappe aufmachen und einfach hier auf 1 drehen. Und dann sagt sie euch auch, ihr sollt den QR-Code scannen, also sie redet sehr, sehr viel mit euch, QR-Code scannen, um die App runterzuladen. Das habe ich bereits gemacht und ich habe ihn auch schon verbunden. Geht ganz einfach. Einfach den Anweisungen der App folgen. Man muss dann hier in sein WLAN-Netzwerk sich einloggen und das Passwort eingeben. Und dann folgt man einfach den Schritten. Man kriegt dann hier einen QR-Code, den man dann hier in dieser Kamera abscannen kann. Und dann ist das Gerät im Prinzip verbunden. Software-Update hat er auch schon gefahren. Und ja, jetzt könnte ich ihn jetzt hier auch mit der App starten. Aber das Ganze schauen wir uns dann an, wenn er vollgeladen ist. Das dauert jetzt, wie gesagt, um die sechseinhalb Stunden steht in der Anleitung. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wie er saugt und putzt. Der nächste Morgen und ich würde sagen, wir schauen mal jetzt, wie der Yedi performt. Um es ihm ein bisschen schwerer zu machen, habe ich hier ein bisschen Paniermehl verteilt. Und hier nochmal ein bisschen Paniermehl verteilt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der App. Und wir schauen uns erst mal an, wie er saugt. So, Vorbereitung. Ja, ich habe alles gemacht. Ich habe Teppiche hochgehoben. Ich habe die Türen auf. Und jetzt schauen wir mal. Ja, ihr seht hier, wie er reinigen soll. Er soll auch unter die Couch, unter den Tisch. Meine Couch ist relativ hoch. Ja, also los geht's. Starting creating. Hier im Bad habe ich auch ein Teppich liegen und der Staubsauger hat einen automatischen Teppichdetektor, sozusagen ein Sensor. Wenn er über Teppiche fährt, erkennt er das und erhöht sozusagen die Saugleistung. Das hört ihr jetzt. Und wenn er jetzt in der Wischfunktion wäre, würde er aufhören zu wischen, wenn er über den Teppich fährt. Der Staubsauger hat den Weg selbstständig wieder zu seiner Station zurückgefunden. Und wir gucken mal. Also, vielleicht irgendwo noch vereinzelt ein Körnchenpaniermehl. Aber hier ist tatsächlich nichts mehr. Und, ja, hier auch nichts mehr. Also von der Saugleistung bin ich sehr, sehr zufrieden, was das angeht. Er hat auch jetzt schon die Räume kartiert, also sozusagen die Räume analysiert. Und da schauen wir uns jetzt mal zusammen die App an. Die erste Runde hat der Staubsauger bereits gedreht und auch meine Wohnung karikatiert. Das seht ihr jetzt hier auch in der App. Ihr seht den Grundriss meiner Wohnung. Ein Zimmer fehlt, denn das habe ich bewusst ausgeschlossen. Mein Schlafzimmer. Das würde da oben rechts in der Ecke noch sein. Unten rechts, oben rechts wäre das Schlafzimmer. Unten rechts findet ihr das Bad und dazwischen ist noch mein Ankleidezimmer. Und den Flur, die Küche und auch das Wohnzimmer hat er irgendwie als ein Raum karikatiert. Ist jetzt nicht perfekt, aber man könnte ihn jetzt nochmal neu durchlaufen lassen. Man könnte auch hier auf Kartenverwaltung gehen. Und ihr seht ja, wie er die Räume sozusagen eingeteilt hat. Da kann man dann auch Symbole hinterlassen. Und hier könnte man jetzt noch einige Bereiche ausgrenzen, wenn ihr jetzt noch irgendwie irgendwo was hinstellt und sagt, ne, bitte da nicht hinfahren. So, jetzt fokussiert er was im Hintergrund. Genau, ihr könnt auch hier die Karte löschen im Prinzip. Und dann würdet ihr eine neue Tour machen, wenn ihr unzufrieden seid. Dann gibt es noch viele verschiedene andere Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt jetzt sagen, ne, geht jetzt nur oder fahr ins Bad und saug nur im Badezimmer oder nur im Ankleidezimmer, was jetzt hier bei mir ein Baby ist. Es gibt die automatische Reinigung, da fährt er im Prinzip alles nochmal ab. Oder die benutzerdefinierte Reinigung. Und da seht ihr jetzt hier, ihr könnt einfach einen Bereich markieren, am Esstisch zum Beispiel oder in der Küche. Ihr habt da ganz, ganz viel Dreck gemacht. Könnt ihr das einfach in der App markieren und dann würde er da hinfahren. Soviel zu den Einstellungen. Ja, die letzte Reinigung hat zum Beispiel bei mir 63 Minuten gedauert und es waren nur 35 Quadratmeter. Und hier seht ihr auch, ihr könnt hier die Saugkraft einstellen. Bei mir ist sie jetzt auf Standard und hatte ich ja eben eingangs schon erwähnt, er hat auch eine automatische Bodenerkennung. Also wenn er über den Teppich fährt zum Beispiel, erhöht er auch die Saugleistung. Ansonsten könnt ihr auch jetzt hier manuell nochmal einstellen, Standard. Dann gibt es hier Maximal und Maximal Plus. Die Sprachmeldung könnt ihr natürlich auch einstellen, wie laut der Staubsauger mit euch sprechen soll und auch in welcher Sprache. Ich habe natürlich Deutsch ausgewählt. Und dann gibt es hier noch Reinigungseinstellungen, wie kontinuierliche Reinigung. Dann könnt ihr einen Nichtstörenmodus reinsetzen, damit der zum Beispiel in der Zeit nicht saugt oder das LED oben nicht mehr leuchtet. Und dann gibt es, ja Selbstentleerung ist in dem Fall nicht relevant, denn ich habe kein Absauggerät dazu. Und ja, hier könnt ihr auch alles einstellen. Ihr könnt ihm auch sagen, bitte saug jeden Tag um 12 Uhr und dann würde er das machen. Ihr müsst aber den immer nur den Staubsaugerbehälter leeren. Und was ist mein erster Eindruck vom Staubsaugen? Am Anfang dachte ich, ganz schön wild. Aber er hat natürlich den Raum kennengelernt. Er hat meine Wohnung kennengelernt, er musste alles karikatieren. Und deswegen ist er halt wild durch die Gehen gefahren. Ich denke, beim zweiten Mal wird das auch strukturierter sein. Aber was ich tatsächlich ein bisschen bemängeln muss, er ist teilweise ein bisschen ruppig gegen Sachen gefahren. Also er nimmt teilweise Schwung und dann fährt er gegen Möbel. Also er macht nichts kaputt. Er hat so ein Pushback sozusagen. Also er merkt sofort, dass da was ist. Aber manchmal könnte es ein bisschen sanfter sein. Das kann vielleicht durch ein Update demnächst behoben werden. Das wäre tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich gerade zur Saugleistung hätte. Und ich würde sagen, wir testen direkt die nächste Leistung oder die nächste Eigenschaft, die er noch kann. Und zwar das Wischen. Bevor wir jetzt den Wischvorgang starten, muss ich noch den Staubbeutel von dem letzten Saugen entfernen. Das geht ganz einfach. Aber hier rausziehen und ihr seht, da ist das ganze Paniermehl drin. Um jetzt den Roboter wischtauglich zu machen, müssen wir hier den Wassertank entfernen. Dann tut ihr hier das Wasser reinfüllen. Und dann müssen wir noch den Wischaufsatz aufsetzen. Aber ich würde sagen, ich fülle erst mal Wasser in den Wassertank. Wasser ist drin. Jetzt einfach hier wieder reinschieben und das hier draufklappen. Die Wischplatte wurde installiert. Und ihr habt es gehört, der Roboter erkennt sofort, dass die Wischplatte installiert wurde. Ich habe auch den Lappen schon ein bisschen feucht gemacht. Und jetzt müssen wir in der App auch schon die Wischfunktion sehen. In der App seht ihr jetzt in den Wischmodus wechseln. Und da könnt ihr auswählen, wie die Wasserdurchflussrate sein soll. Da ich hier im Wohnzimmer Parkett habe, hätte ich gerne eine Durchflussrate von... Genau, ihr hört es direkt. Der redet sofort mit euch. Also ihr könnt zwischen... Wasserdurchflusspiegel wurde umgeschaltet. Mittel und hoch und sehr hoch. Aber wie gesagt, ich lasse es bei... Wasserdurchflusspiegel wurde umgeschaltet. Ich lasse es bei niedrig. Wasserdurchflusspiegel wurde umgeschaltet. Ja, ihr habt es verstanden. Ja, ich lasse die Wasserdurchflussrate bei niedrig, wie gesagt, weil ich hier Parkett habe. Saugkraft bleibt bei Standard und ich würde sagen, los geht's. Der Roboter hat ja gestern schon alle Räume abgescannt und fährt jetzt dementsprechend nicht mehr kreuz und quer. Er kennt jetzt schon seine Bahnen. Und ja, jetzt mit der Wischfunktion. Ich weiß nicht, ob man es in der Sonne erkennt. Also es ist leicht feucht. Aber nicht zu feucht für das Parkett. Und es trocknet auch relativ schnell wieder hinterher. Ich werde ihn jetzt natürlich beobachten, ob der ganze Wassertank reicht für die Wohnung. Wie gesagt, ich habe das Schlafzimmer ausgelassen bei der Berechnung der Räume. Also ich bin gespannt, ob der Wassertank reicht. Ob es sauber wird. Und wie er sonst so performt. Also bisher fährt er vor sich hin. Jetzt fährt er auf den Teppich zu. Mal gucken, ob er dann ausmacht. Er müsste das Wischen automatisch einstellen, wenn er über den Teppich fährt. Oder er fährt gar nicht drüber, wie man sieht. Jetzt nimmt er ihn kurz mit. Aber nee, er fährt nicht über den Teppich beim Wischen. Ein kurzes Update zur Wischfunktion. Robby macht hier seine Runden hinter mir. Und zwar seht ihr jetzt hier auf meinem Handybildschirm den Bereich, wo Robby bereits war. Das ist der hellblaue Bereich. Und die weißen Stellen, die hat er noch nicht befahren. Und so weiß er im Prinzip, wo er schon war und wo er noch hin muss. In meinem Fall, er war noch nicht im Bad und dann noch nicht im Ankleidezimmer. Also die zwei Bereiche fehlen und noch ein paar Stellen im Wohnzimmer. Aber ich finde das wirklich ein ausgeklügeltes System, dass Robby weiß, wo er noch nicht war. Und dann im Prinzip die weißen freien Flächen noch abfährt. Der Roboter ist jetzt auch fertig mit der Wischfunktion. Und so sieht das Wischtuch aus. Ist jetzt nicht allzu dreckig. Also ich hoffe, dass meine Wohnung da nicht so dreckig war. Und der Tank ist auch noch gefühlt fast voll. Ich habe er natürlich die niedrigste Stufe eingestellt, wegen dem Parkett. Ich müsste es jetzt demnächst mal testen, ob es auch eine Stufe höher geht, damit er ein bisschen mehr Wasser benutzt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, er hinterlässt keine Schlieren. Das finde ich ja immer das Problem bei so elektrischen Geräten, sage ich mal so. Dass sie Schlieren hinterlassen auf verschiedenen Böden. Und ich habe tatsächlich Parkett, Fliese und Laminat hier in der Wohnung. Also alles verfügbar. Und ich habe keine Schlieren. Er hat einen feuchten Nebel hinterlassen auf den Böden. Also es ist feucht gewesen, relativ schnell getrocknet. Und wie gesagt, keine Schlieren auf dem Boden. Das war mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Natürlich ersetzt dieser Boden- und Wischtaubsauger nicht die eigentliche Bodenwischarbeit. Er kommt nicht in die Ecken, weil er halt rund ist. Das Wischtuch kommt natürlich auch nicht an jede Stelle. Aber ich finde es tatsächlich eine gute Lösung, einfach mal so zwischendurch in der Woche ihn einfach mal laufen zu lassen, um halt so einen groben, um den groben Schmutz halt zu entsorgen. Dafür finde ich ihn tatsächlich sehr gut. Und sobald er auch in der Station ist, sagt er bitte sofort Wischtuch entfernen, Wassertank entfernen. Weil er steht auch jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer, wo das Parkett steht. Das wäre natürlich fatal, wenn der jetzt lange mit diesem Wischtuch auf dem Boden stehen würde, welches feucht ist. Ja, also auch von der Wischfunktion bin ich zufrieden. Wie gesagt, es ersetzt nicht eure eigentliche Arbeit, den Boden zu wischen. Aber für hin und wieder mal grob durchzuwischen, finde ich es auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja, das war mein kleines, aber feines Video über den Jedi Vag Max. Ja, ein bisschen anderes Video auf meinem YouTube-Kanal. Aber sind wir mal ehrlich. Wer staubsaugt oder wischt gerne mal seine Wohnung? Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Es muss gemacht werden und natürlich muss es auch hin und wieder gründlich gemacht werden. Aber ich finde, für unter der Woche, wenn man mal ein bisschen faul ist, kann man sich so einen Staubsauger schon mal zulegen. Und für 270 Euro finde ich den Preis vollkommen in Ordnung. Die App ist super einfach zu handeln. Der Staubsauger ist super einfach zu handeln. Ich hoffe, dass dann noch ein bald ein Update kommt, dass er nicht ganz so ruppig durch die Gegend fährt. Kaputt gemacht hat er nichts. Aber hier und da könnt ihr ein bisschen sanfter fahren. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden von dem Gerät. Und mir ist es auch wichtig, ehrlich zu sein hier auf meinem Kanal. Das heißt, wenn mir das Produkt jetzt nicht gefallen würde, hätte ich euch das auch gesagt. Und auch weitergegeben, dass mir das Produkt nicht gefällt. Aber ich bin zufrieden mit dem Jedi VagMax. Und wenn ihr eine kostengünstige Alternative für einen Staub- und Wischroboter sucht, kann ich euch diesen Roboter empfehlen. Und das war es jetzt hier zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.